Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge A, AstroVolt mit Ärmel. Ja, wir nähern uns dem Ende, vorletzte Folge nach dem Kapitel AstroVolt. Schaugekraftfeld. Vielleicht, natürlich können wir noch ein paar Bundesvideos, je nachdem was wir hier freischalten, aber das ist ja schon die Ehrenrunde. Neckolonen, verraten. Oh, ja! Ich hab noch nicht mehr so viel geholfen. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Oh. . . . . . . . . . Das war's für heute. Und die anderen dann enttäutern hier liegen, wachs? Die rote Augen. 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 Das war's für heute. Okay, so we are wieder an, so we're not going to come in the morning, so we're not going to come in the morning, so we're not going to come in the morning. Okay. Genial. Oh, hier guck mal, im Anzug kommt der unten. Oh, hier guck mal. So we're going to be able to go back. Aberranten, bis hin und wieder. Das ist die Langebäude. Aber ich kann auch noch etwas. Ich kann auch noch etwas sagen. Ich kann auch noch etwas sagen. Nein, 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 nein. Das war's für den Medellin. Folge. Ich hoffe, ihr schaltet bei mir jetzt wieder ein. Lasst gerne ein Abo hier da. Zur rechten Seite. Und bis zum nächsten Mal. Peace, peace, euer Air Max.